Cody, der Berge... Mit den roten Bergen laufen wir... Kann man hier auf sein Map fliegen? Ich bin bereit. Hallo und herzlich willkommen bei einem... Ich bin bereit. Bei einem neuen Spiel. Und zwar Point Runner, wie es da oben so schön steht. Ähm, Sinn des Spiels ist, die Blöcke hinter uns verschwinden. Oh! Und die ganzen Ohrs, auf die wir rumlaufen, geben verschieden viele Punkte, die hier einmal alle gelistet sind. Oh, geil! Äh, der Spieler am Ende mit den meisten Punkten gewinnt die Runde. Und dadurch, dass die Blöcke verlieren, fällt man irgendwann mal ganz runter und ist raus für die Runde. Also schön viele Punkte sammeln, heißt es. Okay, geil. Ich will loslegen. Wie gibt es ein Spiel? Und das geht, äh, über mehrere Runden, so wie ich das, das eine Mal rausgefunden hab. Na, wohin gehst du, Mann, ey? Ihr müsst doch hier auf dem Schild draufklicken. Wir nehmen Bese 1, oder? Oh, es geht gleich los. Oh mein Gott! Ja, es geht gleich los. Ich versteck mich lieber in meinem Berg drin. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ah, ich bin aufgeregt. Ich auch. Nö, tut nicht so. Okay, es geht los. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, und... Wow! Ich glaube, ich habe ordentlich Punkte gemacht, hier habe ich schon 100. Ja, aber ich bin ja auf dem Fersen. Wie viele, wie viele, wie viele, äh, äh, Kohleblöcke es einfach hier gibt. Ja, ne? Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Mit 315. Verdammt. Nein, ich bin jetzt auch runtergefallen. Scheiße! Okay, Eiswolf hat leider gewonnen. Ja, aber nächste Runde kommt. Eiswolf, du kannst runterfallen, wir sind alle weg. Ja. Oder wird das dann am Ende summiert? Ich weiß es nicht. Aber soweit ich weiß, äh, nicht. Also kommt... Ich glaube, ich habe sogar den Diamanten bekommen am Anfang. Aber der Diamant gibt weniger als die Smaragde, ne? Nein. Doch, der Diamant gab, glaube ich, nur 6 und die Smaragde 7. Ja, hast recht. Drei, zwei, eins. Nein, ich ging fest. Oh, wie ihr mir einfach alle Blöcke klaut. Finde ich so jetzt an sich gar nicht so schlimm, dir die ganzen Blöcke zu klauen. Das kann ich verstehen. Alter. Was denn? Wenn man stehen bleibt, was passiert eigentlich dann? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Okay. Oh, Alter. Okay, die brechen unter einem Weg. Neander Zeit. Was sind das für Geräusche? Ja. Wie so eine Fahrradklingel. Nein, nein! Verdammt, ich habe die Räuter gefallen. Ficken! Nee, nicht jetzt. Schade. Ich dachte, Bekannten vielleicht. Wie hoch konzentriert ich hier gerade bin. Fall, 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 fall. Wie viele sind noch drinnen? Vier Jetzt falle ich Nein, ich bin gefallen Die Schredder sind aber raus Und, 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 ah, da hat er mich noch Haben die beiden mich noch geholt Es gibt auch noch viel zu holen hier Bah, das war fies Ja, das stimmt Ach man, schade Kommt noch eine Runde? Da kommt glaube ich noch eine Runde, ja Ich glaube drei oder vier Runden, fünf Runden Ich glaube das wird aber immer wieder neu gemacht Weil da immer wieder neue Spieler zujoinen Naja, kann auch sein Also könnten wir selber die Folge füllen Mit dem ganzen Kram Ich fand den Spielmodus recht witzig Ich habe den das letzte Mal Einfach mal so just for fun gespielt Also nachdem wir die ersten Parcours Maps aufgenommen haben Und Ja, ich dachte mir, das könnte man doch eigentlich auch mal zeigen Weil ich finde das Spiel echt genial Eigentlich Ja, macht ja auch Spaß immer Einfach vom Prinzip her und, äh, jo Schredder und Schredder haben die die geschrieben Äh, 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 ja Ist das so schwer, noch einen Spieler zu finden, verdammt? Ah, geht 20 Sekunden Komm, komm, Schreiter Verdammt du Scheiße Er hat mich gehört und dachte sich Oh, Stormy wird böse Jetzt muss ich rein Ja Ich habe seine Crash-Folge gesehen Und wenn der böse wird, dann ist nicht zu spaßen Oh, man fängt sogar am Flügel an Die einfach alle gerade still sind Hallo, schön abgraben hier Scheiße, ich bin runtergefallen Das gibt's nicht Ich fahr zweiter Wo, wo, was? Alter, der hat mir den Block aus der, äh, aus dem Dings weggenommen Ich hab 700 Punkte Äh, 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 700? Ja Oh, da hinten ist noch der komplette Flügel Und da auch Zwei komplette Flügel gibt's noch Statt Sache, achten wir auf den Chat Stormy da, halt, trauriger Smiley Ich weiß nicht, wann trauriger Smiley steht Ja, Cody, let's play da, trauriger Smiley Oh, ich wurde jetzt eingeholt von zwei Leuten Und einer ist noch drauf Ich glaub, ich lauf da jetzt auch mal aus Fahr noch ein bisschen rüber Um zu trainieren, wa? Ja Dem, dededem, dem, 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 dem Ja, bei dem Ich bin gleich jetzt noch geflogen Dem, dededem, dem, dem, dem Er ist ziemlich schlecht von mir Aber eigentlich kann ich das So rüberspringen von Blöck zu Blöck Ja, super Jump und so, ne? Ja Okay, glaub ich Das war witzig, was wir Ah, geht lang Oh, wir sind auf derselben Plattform Nein, bitte nicht Doch Pass auf, Stormy Wir müssen das geschickt machen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Sehr schade. Also ich bin auf einer unteren Plattform jetzt. Okay. Nein, die Sprünge sind so extrem scheiße weit. Nein, ich bin runtergefallen. Go Cody, go Cody. Ich go, ich go. Also ich kann hier erstmal die ganzen anderen von denen abgrasen. Oh, er ist unten, er ist unten. Sehr. Der andere. Also er läuft unten schon rum. Und räumt da alles auf. Okay. Also bleib noch oben, bleib noch oben. Da links ist, äh, von dir jetzt ist noch eine große Platte. Oh, sehr großzügig. Ich bin voll sein, sein Spectator hier. Ja. Sein Goster. Beobachten wir kaum. Hilfe. Dann bloß die Diamanten mit. Boah. Jup. Jetzt ist die Frage. Nach unten? Ah, du hast gewonnen. Ja. Gerade runtergefallen. Coody, let's play tight. Play wins. Geil. Perfekt. Ich würde sagen, das war ein tolles Ende dieser Folge. Ah, das ist gut. Bis dahin, euer Kinda.